Welche Zutaten notwendig sind und wie das natürliche Antibiotika überhaupt wirkt? Ja, das wird hier und heute auf den Punkt gebracht. Zuerst einmal sollten Sie wissen, dass das natürliche Antibiotikum viele verschiedene Bakterienarten bekämpft. Außerdem wirkt es gegen Viren, Parasiten und Pilze und verbessert im ganzen Körper die Blutzirkulation und den Lymphfluss. Selbst gegen Candida ist die Mischung ein hervorragendes Therapeutikum. Das Geheimnis sind nicht die einzelnen Zutaten, nein, sondern deren Kombination. Erst im Zusammenspiel zeigen sich die extrem wirksamen Eigenschaften gegen unzählige Krankheitserreger. Zutaten für ca. 1 Liter, natürliches Antibiotika, habe ich hier einfach mal auf den Punkt gebracht. Und zwar 700 Milliliter Apfelessig, 25 Gramm Knoblauch, 70 Gramm Zwiebeln, 17 Gramm frische Peperoni bzw. Chili, 25 Gramm frischer Ingwer, 15 Gramm frischer Meerrettich, 27 Gramm frische Kurkoma-Wurzeln, ein Viertel Teelöffel schwarzer Pfeffer aus der Mühle und zwei Esslöffel Blütenhonig. Die Zubereitungszeit beträgt ca. 15-20 Minuten. Zuzüglich sollten Sie 2 Wochen dieses natürliche Antibiotika ziehen lassen. Und dann ist es natürlich fertig. Von daher viel Spaß. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen. Einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.